Was ist Cerebrospinalflüssigkeit Glucose? Cerebrospinalflüssigkeit ist eine klare Flüssigkeit, die aus dem Blut gewonnen wird, das im Gehirn und im Rückenmark zirkuliert, den Organen, die das zentrale Nervensystem ausmachen. Glucose ist der übliche Zucker, der im Körper verwendet wird. Cerebrospinalflüssigkeit Glucose oder Glykoaryhachie ist der Glucosespiegel in der Cerebrospinalflüssigkeit. Übliche Glucosewerte im Liquor Cerebrospinalis betragen 50 bis 80 mg Glucose pro 100 ml Blut. Tests auf Glucosewerte der Cerebrospinalflüssigkeit werden zur Diagnose bestimmter Erkrankungen verwendet. Dazu gehören Infektionen, Entzündungen des zentralen Nervensystems und Tumore. Bei unkontrolliertem Diabetes treten hohe Blutzuckerwerte auf, so dass es auch zu hohen Glucosewerten in der Gehirnflüssigkeit kommen kann. Cerebrospinalflüssigkeit wird aus dem Blut an einer Struktur gebildet, die als Plexus Choroidus im Gehirn bezeichnet wird. Der flüssige Teil des Blutes und ein Großteil des Materials, insbesondere Elektrolyte und Nährstoffe, wird zu Cerebrospinalflüssigkeit. Die Liquor Cerebrospinalis zirkuliert durch das zentrale Nervensystem. Das Gehirn hat keine Blutgefäße direkt im Inneren. Daher wird der Glucosespiegel im Gehirn des Gehirns verwendet, um das Gehirn zu ernähren. Cerebrospinalflüssigkeit trägt aufgrund ihres Auftriebs auch dazu bei, das zentrale Nervensystem zu unterstützen und abzufedern. Glucose ist der Zucker, der im Blut und in der Liquor Cerebrospinalis zirkuliert. Es ist der Hauptnährstoff, der im Körper zur Energiegewinnung verwendet wird. Das Gehirn verbraucht vor allem viel Glucose, daher ist Glucose ein wichtiger Bestandteil der Liquorflüssigkeit. Übliche Glucosewerte im Bereich der Liquor Cerebrospinalis liegen typischerweise bei zwei Dritteln des normalen Blutzuckerspiegels. Zur Bestimmung der medizinischen Ursache von Delirium, Kopfschmerzen oder anderen neurologischen Problemen wird häufig eine Untersuchung des Flüssigkeitsspiegels im Gehirn durchgeführt. Der übliche Weg, eine Probe von Liquor Cerebrospinalis zu erhalten, ist ein Verfahren, das als Lumbarpunktion bezeichnet wird. Bei einer Lumbarpunktion wird eine Nadel zwischen die unteren Rückrate eingeführt und Cerebrospinaler Flüssigkeit wird zum Testen gezogen. Abnormale Glucosespiegels in der Cerebrospinalen Flüssigkeit können auf das Vorhandensein von Tumoren des Zentralnervensystems, Infektionen oder anderen Arten von Entzündungen im Zentralnervensystem hinweisen. Niedrige Spiegel an Glucose in der Liquor Cerebrospinalis, Hypoglycorrhachie genannt, treten mit einer Reihe von Problemen im Zentralnervensystem auf. Bestimmte Tumoren im Gehirn verursachen niedrige Glucosewerte der Cerebrospinalflüssigkeit, da die Tumorzellen die Glucose für das Wachstum verbrauchen. Infektionen wie Meningitis oder Tuberkulose können auch zu niedrigen Spiegel der Liquorflüssigkeit im Gehirn führen. Cerebrospinalflüssigkeit Glucosespiegel können verwendet werden, um zwischen viraler Meningitis und bakterieller Meningitis zu unterscheiden. Cerebrospinalflüssigkeitsglucose kommt aus dem Blut, daher können abnormale Blutglucosespiegel auch die Glucosespiegel der Cerebrospinalflüssigkeit beeinflussen. Niedriger Blutzuckerspiegel kann durch zu niedrigen Blutzucker verursacht werden. In ähnlicher Weise können hohe Blutzuckerspiegel im Körper, die am häufigsten durch unkontrollierten Diabetes verursacht werden, einen hohen Spiegel an Glucose in der Cerebrospinalflüssigkeit verursachen.